... Entschuldigen, es ist einfach nur, dass ich jetzt nicht drankomme, weil da so viele sind. Es sind mindestens vier Leute. Lord, hepp. Wieder runter. Das Problem ist einfach nicht, ich komme mich dran, weil der wahrscheinlich einen gewissen Platz hat. Oh man. Oh Gott sei Dank ist er da unten. Das hat sich gewinnt. Ja, das werden wir ja sehen. Oh, scheiße. Sie sind da rüber. Durchsucht dieses Gebiet. Ich bin dabei, Mann. Was ist die Probleme? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das ist die Probleme. Oh, scheiße. Ich bin dabei, Mann. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Also, ich bin dabei. Gott sei Dank. Ich hoffe, dass das nur noch die zwei sind hier. Ich glaube, die sind wir los. Ja, die sind wir noch nicht los. Es sind nur noch zwei Stück von denen, glaube ich. Ich will hier drüben lassen, du gehst nach dort drüben. Bleib vorsichtig. Oh, da sind noch mehr. Was war? Nichts, alles gerückt. Hey, hab sie! Scheiße! Ja, komm her. Duke ist mir ein bisschen auf dem Dase gerade. Gefällt mir nicht, wenn der da hinten rum einen Geist hat. Ich muss mal wieder raus, sonst ist ein bisschen aus der Deckung. Granate! Oh, das ist zu nah! Krieg dich! Krieg dich, Alter! Sie sind da rüber gerannt! Bescheid! Bin dabei! Abschied! Der hat es nicht lange gebraucht. Der auch nicht lange. Gott sei Dank. Okay. Der auch nicht. So, haben wir sie alle? Oder sind die Geist hat da irgendwo noch einer rum? Wir sind sicher. Hätte besser laufen können. Hey, wir leben noch. Das muss reichen. Öffnen wir einfach das Tor. Wir nehmen mal mit. Puh, Gott sei Dank, ey. Haben wir das auch hinter uns. Ich sag ja. Ein bisschen Action muss auch mal sein. Mit. Wir haben noch ein bisschen Munition, ey, ne? Die sind auch voll. Dann können wir hier weitermachen. Okay, bereit? Sehr schön. Ja. Okay, los. Ja. Okay, los. Damit. Ja, weiter geht's. Wie geht's dir? Toll. Ich hatte auf den Schatz gehofft. Aber so einfach ist es wohl nie. Was? Meiner Erfahrung nach nicht. Und da war dieses coole Sternbild-Ding. Ja, das war cool. Ich gehe davon aus, dass wir da jetzt hoch müssen. Und ein bisschen da drüber mal langziehen dürfen. Weil sonst... kommen wir da ab. Oh, tap. Okay. Hier wahrscheinlich... weiter. Epp, epp. Und... Dada. Ach, der L3 und nicht der A3. Bei neuen Tagebuch eintragen. Was Avery will, bekommt er auch. Tap. Junge, wie sieht's bei dir aus? Ach, den gibt's ja auch noch, der stimmt. Wir sind auf dem Weg, aber... Der Schatz ist näher an der Kathedrale als gedacht. Oh, Mann. Und was soll ich machen? Bleib startbereit. Wir sind bald zurück. Mach ich. Bleib dich wieder. Mach ich. Gut. Weiter geht's. Ich denke, dass wir hier hoch müssen. Dieser Wissen tue ich gar nichts mehr von dem... Ähm... Allgemein nichts wissen von dem Spiel. Mach den mal mit. Yay! So. Da rühren wir rüber. Ich höre sie. Ah, puh! Ich muss nicht aufpassen jetzt, dass ich nicht wieder raus trete. Wie wär's mit Knappner, als wir nicht dabei waren? Was haben wir denn hier? Hä? Sehr piratisch. Schatz genommen. Wieder einen Schatz gefunden, jawoll. Was haben wir denn da? Klappmesser, sehr schön. Ich hoffe, ich nehme mich an. Ich hoffe, ich nehme mich an. Ich wollte die AK mitnehmen, ja. Was hab ich eigentlich gedacht. Kann man denn diesmal rumlaufen? Nur die drei? Drei. Ich hoffe es. Ich glaube, es sind nur drei. Eins. Noch zwei. Mit dem einen Kollegen da oben könnte ich fertig werden. Ich warte jetzt noch, bis der eine Typ da wieder zurückkommt. Wie gedacht so. Einer da oben, der nervt ein bisschen. Aber komm jetzt her. Komm her, Kollege. Ich würd dich gerne nehmen. Also, ja. Verdammt. Das war knapp. So, dann warte ich jetzt, bis der wieder da ist. Dann hole ich ihn mir. Ich gehe nämlich jetzt nicht dahinter, wenn der eine da oben noch patrouilliert. Den hole ich mir so. Ich glaube, es sind nur die drei. Ich sehe jetzt auch keine anderen. Ich weiß nicht, liebe Zuschauer, ob ihr noch ein paar Leute seht. Aber ich glaube, da dürfte keiner mehr sein. Oh, der hat mich. Schön, leise. So. Komm ich jetzt an den neuen Typen da oben dran? Oh, der war, der kommt direkt runter. Schön. Und hepp. Und das ist die Nummer drei. Eigentlich... Ich würde jetzt ganz spontan sagen, dass wir hier rüber müssen. Ah, sehr schön. War ja gar nicht so schwer eben. Aber hier ist nichts drin, oder? Ja. Nathan. Ich habe eine Leiter gefolgt. Okay. Ich komme. Schön, die habe ich auch gesehen. Dann müssen wir sie benutzen. Na los. Komm. Ich helfe dir hoch. Machen wir es doch mal. Sehr schön. Ja. Ach Mist. Ich bin zu weit oben. Ja, warte kurz. Ich warte. Mal sehen, was das bei dem Holzding da ist. Hey. Ich habe was. Na. Also. Na. Ist das Ding schwer. Was genau wird das denn? Ein Weg. Nach oben. Der sogar dein Gewicht aushält. Mach es mit. Danke. Taka. Ah. Gut. Meinst du, das haben die Mönche gebaut? Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Ah, um einen fetten Schatz zu heben? Um etwas zu heben? Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch. Gut. Die Quelle sieht sehr gut aus. Einige sollten da. Wie viele haben wir? Wie viele dürften nicht mehr hier rumrennen? Wie weit runter. Die Frage ist, müssen wir jetzt irgendwo hier hoch? Die ganze Zeit an, dass wir da rüber müssen. Ich glaube, das könnte sogar der... Die Lösung sein. Das könnte sogar die Lösung sein. Okay. Das könnte nicht die Lösung sein, weil das ist auch nicht. Ich würde sagen, ich würde da jetzt spontan runter gehen. Meinst du, das haben die Mönche gebaut? Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Um einen fetten Schatz zu heben? Um etwas zu heben? Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt runter? Oder wie komme ich da jetzt weiter? Der Schwung geht jetzt relativ weit runter, ja. Ich weiß es nicht. Ich muss noch mal kurz in die Steuerung rein. Ähm. Optionen, ja. Steuerung. Ich muss ja gerade gucken, wo wir es abzeigen können, da in dem Moment. die um einen sellen und waren wenn warte warte nie die für und ja das So was hab ich eigentlich auch nicht gedacht, aber dann sollte der eigentlich ja hier runter gehen. Meinst du, das haben die Mönche gebaut? Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Ah, um einen fetten Schatz zu heben? Um etwas zu heben? Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch. Da unten war ich, aber eigentlich müssten wir da hinten weiter irgendwo. Oh, da geht's auf der anderen Seite raus weiter. Kann sein, auch der richtig. Na, ne, da waren wir ja schon. Ich frage es wie. Wie geht's weiter. Hier runter müssen wir nicht runter. Ich fürchte, dass wir hier nicht sind. Normalerweise müssten wir hier runter. Ich frage ich aufs Basis auch nur mal ausprobiert. Ist das kalt. Ja. ... ... ... ... ... ... ... ... Steh rein! Steh! Okay, vielleicht keine so gute Idee! Ah, shit!